Wenn nämlich jemand irgendetwas Persönlichem, wo es um Gefühle geht und wo man vielleicht etwas dazu zu sagen haben könnte, wenn da jemand garantiert, nichts dazu zu sagen hat, dann ist das garantiert mein Mann. So, als wenn wir jetzt ruhig so stehen lassen. Für ihn, für ihn, was ihn, Brigitte, Brigitte aus der Chance, ich seh mich. Ich höre seine Stimme am Telefon. Brigitte, Brigitte, Liebste, ich seh mich nach dir. Mich da zu etwas hinreißen lassen, es war ein einmaliger Ausbruch. Einmalig? Zweimalig? Wöchentlich, Mädels, bist du ausgerutscht, oder hineingerutscht, oder in der Geflutsche, oder wie immer alles was eigentlich an. Und das über Jahre. Es waren fünf Monate. Ich war bis Jahre. Genug, also ich war es so glücklich zu. Wer nie schwind bekommt, bekommt alles. Früher einmal. Aber du weißt ja, die Kinder, der Stress, die Doppelbelastung, die Möglichkeit, die Migräne, die Schwiegerelchen, die Hormone, der Haushalt, das tut. Das ist sinnlos. Achtung, wir sind direkt hier. Das Scheußliche für mich ist, dass ich dir eigentlich nichts vorzuwerfen habe. Du hast immer alles richtig gemacht. Wahrscheinlich zu oft und zu viel. Ihre Frau ist eingefroren wegen Ihnen. So sieht es aus. Ja, mein Mann und ich hier. Wir reiben uns und wir reiben uns auf und wir reiben uns ab. Und manchmal ist die Hitze unertrennlich. Aber eines sage ich Ihnen ehrlich. Lieber dreimal verblühen, als einmal erfrieren. Ich kann nicht mehr. Ich habe meine Frau verloren. Sie müssen rein, wenn Sie jetzt alle... Kommt sie abnehmen. Ja, Frau Annika. Und Sie beide, wenn Sie sich machen, Sie werden wirklich scheitern. Das glaube ich Ihnen jetzt schon, Frau Fütter. Wollt ihr ein bisschen Hümung wirklich achten? Ja, klar. Ja, klar. Weißt du was? Weißt du was du? Weißt du was du nicht kannst?